Gut, dann hätten wir noch Leo. Hast du, ich habe schon gesehen, was es ist, das ist eine Wiederholung. Ja, aber eine berechtigte Wiederholung nach langer Zeit. Eine App namens SKRWT. Ah, ja. Skrubit. Ein Klassiker beinahe schon. Gibt es, naja, also so lange gibt es sie auch noch nicht. Aber ein paar Jährchen, ein Klassiker zumindest unter den Foto- und Perspektivkorrektur-Apps, die es so gibt fürs iPhone, die sich, ja, ursprünglich völlig der Perspektivenkorrektur verschrien, verschrieben haben, um eben, ja, stürzende Linien zu entfernen oder noch stürzender zu machen, wie man, je nach Foto, das vielleicht möchte. Und die haben sich recht langsam, aber doch, also die App hat sich recht langsam, aber doch weiterentwickelt in den letzten Jahren. Da kam dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das dazukam, ein Mirroring-Tool für Spiegelungen, um Bildspiegelungen umzusetzen in verschiedenen Variationen, das sehr nett ist. Und jetzt mit den jüngsten Updates kam eine Erweiterung, die sich Four Points nennt, also 4PNTS, Four Points, und das steht dafür, dass du die Korrektur dadurch vornimmst, dass du an den vier Ecken des Bildes praktisch ziehen kannst und auch ein Freihand-Tool hast, um auch hier wieder Perspektive zu korrigieren oder zumindest zu verändern, so wie man es denn dann je nach Bild und Motiv möchte. Und die App erfordert so ein bisschen Einarbeitung, sie haben aber auch kleine Tutorial-Videos, die man sich anschauen kann und auch sollte für die jeweiligen Funktionen, der Rest schließt sich mit ein bisschen Herumexperimentieren, normalerweise dann eigentlich relativ schnell. Diese Zusatzfunktion, also die App selbst kostet einen Euro, die Zusatzfunktion sowohl das Spiegel-Tool als auch das Four Points-Tool, die kann man beide ausprobieren und benutzen, aber um in voller Auflösung zu speichern, muss man sie freischalten, das kostet jeweils auch einen Euro, das ist alles recht, recht faire Angelegenheit, sobald man das wirklich ein paar Mal genutzt hat, ist es mehr als sein Geldwert und die ist insgesamt noch ein bisschen jetzt angepasst worden in Version 1.3, also du kannst glaube ich, ja, also Roh-Daten-Format kannst du jetzt auch bearbeiten, das ist glaube ich neu dazugekommen. Ah ja, da steht es auch in den, in den, in der Update-Beschreibung neu, mit iOS 10 Raw-Dateien-Unterstützung zum Öffnen und Bearbeiten und die Speicherung der Bilder in voller Auflösung scheint auch mit dem letzten Update erst neu dazugekommen zu sein. Also das ist auf jeden Fall ein nettes Tool, wer ab und zu mal in dieses, in dieses Perspektiv, in die stürzenden Linien reinrennt und gern mal Gebäude etwas gerade haben möchte oder auch Bäume begradigen möchte oder ähnliches, der sollte sich auf jeden Fall mal einen Blick auf die App werfen, die, die ergänzt sehr schön die vielen anderen Foto-Apps, die es so gibt und es ist halt völlig auf diese inzwischen jetzt drei Anwendungsfälle spezialisiert. Das finde ich nach wie vor gehört in, gehört in den, in die, in die Foto-Apps-Sammlung auf dem iPhone. Jo.